Das ist ein blaues Top. Ich trage ein blaues Top. Das ist ein pinker Kapuzenpullover. Oder man kann auch sagen, das ist ein pinker Hoodie. Oder das ist ein rosafarbener Pullover. Ich trage einen blauen, eng anliegenden Pullover. Ich trage einen grau-blauen Kapuzenpullover mit pinkem Aufdruck. Oder ich trage einen grau-blauen Hoodie. Ich trage ein lockersitzendes, graues Oberteil mit weiten Ärmeln.